Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich stehe hier auch, weil mein Haus 200 Meter von der geplanten Managementzone eines Nationalparks entfernt ist. Ich habe keine eigenen Interessen im Wald. Ich bin gegen einen Nationalpark hier im Nordschwarzwald. Unter anderem deshalb, da der Naturschutz nur mit unnötigen und zusätzlicher Bürokratie belastet wird und aus der regionalen Verantwortung genommen wird. Die Planungshoheit der Gemeinden, die angrenzen an einen Nationalpark, wird in unverhältnismäßiger, starker Weise eingeschränkt werden. Sie dürfen sicher sein, dass jede größere Baumaßnahme in diesen Gemeinden und vor allem dann, wenn sie in den Außenbezirken stattfindet, neben der üblichen Planung, die ja schon jetzt die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt einbezieht, dann nochmal zusätzlich zur Genehmigung einer Nationalparksbehörde vorgelegt werden wird. Und dann kommt die Genehmigung oder sie kommt eben auch nicht. Die Gemeinden werden nur im Beirat gehört, nicht erhört. Auch in der Nachbarschaft zu einer Managementzone wird es eine Veränderungssperre geben. Die wird am Anfang sicherlich kulant durchgezogen werden, aber im Verlauf, da können sie sicher sein, rigoros durchgesetzt werden. Wir können, das ist meine Überzeugung, Naturschutz in unserem Naturpark besser in regionaler Verantwortung. Und noch besser, wenn wir dafür etwas mehr finanzielle Mittel bekämen. Vielen Dank für Ihr gemeinsames Nachdenken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.